Geht's! Wir haben es geschafft! Ja, los geht's! Du musst schon nach vorne gehen! Sooo! Sooo! Easy! Komm bestimmt jetzt gleich so ne Motte oder so ne Scheiße jetzt hier! Ja, klar! Da waren wir drin! Warte, warte, warte! Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück! Da ist das Welle im Teil drin! What the fuck ist das für ein Ding? Muss ich verarschen, warte! Ich hab ne Idee! Mach mal ne Schampertacke drauf! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Hat dich das Ding gesnackt? Nee, hier, guck dir das an, Alter! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Ich war drauf, Alter, ich war drauf! Was ist das für ne Verarsche? Was ist das, da ist irgendwas? Warte, 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 warte! Das ist der Finisher, ey! Warte, warte! Warte, warte, warte! Ja, Zeit, um das zu fassen! Haha, was drin ist das... Jawohl! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Ja, warte, warte, warte! Jawoll... Jawoll! Holy Shit! Jawoll! Auf dem Ding weg! Wunderbar! Sauge eingesaugt, ey. Du musst dann links nochmal die Wand machen. Ah! Blattwo! Und! Sehr gut. Warum wechselst du die scheiß Spur? Jawoll, das ist der Stuhl. Der Grundkorkenstuhl. Warum ist da so ein Karton? Warum ist da so ein scheiß Karton als Ding? Was? Die Wespen, Alter. Oh ne, bitte! Alles, nur keine Wespen! Warum hat der Typ so ein scheiß... ...klein Zeichstus auf dem Kopf, Alter? Was ist da los? Was? Ich hab doch springen gedrückt! Ich hab springen gedrückt! WTF? Fuck! Spocko Bastard, ey. Ich drück springen hier so, der macht nichts. Oh, jetzt aber. Leertat... Ich hab gedrückt! Man hat's gehört! Ich hab verdammt nochmal gedrückt! Jawoll, gleich nochmal. Was soll ich denn machen, als Leertaste drücken? Komm! Nächster! Weil ich drüber drücken. Guck mal! Na guck, jetzt selbst an der Kante hat's funktioniert! Ja! Wofür macht ihr die Lücke dahin, wenn man da nicht durchpasst? Ich passt! Warum hast du die kleine Lücke geholt, Alter? Weil ich hier Challenge haben, wenn du mit so Pussy hast! Dich halt nach rechts, mein... K.O. Geil, Alter! Okay. Ah, okay. Okay, okay. Ich wollte nur wissen, ob ich steuern kann. Alles klar. Ich kann steuern. Ja! Ich musste gucken, ob ich steuern kann, du Fotze, ey! Ja! Ja, wunderbar! Schön eingefahren! Bitch! Scheiße! Ja! Ich hab vergessen! Halt die Fresse! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Da haben wir ja ein Mr. Skill gesehen in Action! Ah, hier Mr. Skill, oder? Ich mach die Warten runter! Oh, schon mal! Aha, aha, aha! Ich hab doch wieder hochgemacht, Alter, ne? Pass an, ne? Guck hier! Oh! 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 Ich bin da! Nein! Nein! Ich verfehle den! So! Ich hab den schon viermal verfehlt! Viermal verfehlt! Oh! Welwe! Ich fülle mich mal zum Ringen! Okay! Let's go! Ah, das ist so'n Aufziehauto, ne? Ja! Okay! Okay! Let's go! Das war zu krass. Ok bist du ready? Das ist doch... Ja, Goldi. No comment drauf. No comment, Alter, ey. Ich werd so viel Clips von dem Game machen, das ist ja normal. Ich muss den ganzen Stream runterladen und bei YouTube hochladen. Okay, ich bin bereit. Oh, warum, Domi? Ja, ey! Der Teufel ist nicht verharscht, Alter. Ich hab doch... Hier! Jetzt geht's, oder was? Macht doch gar keinen Sinn, Alter. Weg für die Start. Ohohoho. Warum immer was ist, Alter? What the fuck? Ich geh Richtung Frosch. Wir haben den Frosch nicht verhält. Wir müssen den Richtung des Schweines gehen. Du musst mir sagen, was kommt, aber ich kann dich aussehen. Nein! Ja! Ja! Warum gehst du zum Frosch? Ich drück F und werd da rüber teleportiert. Was kann ich dafür? Das ist ja auch... Aha! Aha! Aber muss ich bei mir beschweren, ne? Wir haben mich aber geschafft. Hund! 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 Löwe! Aha! Löwe! Gott. Krass. Frosch. Löwe. Löwe! Oh, Löwe scheiße! So. Nein, nein. So. Ich bleib jetzt hier weiter in der Mitte und du gehst jetzt ein ganz kleines bisschen... Nee, geh nicht so krass, geh noch nicht so krass, sag ich's! Junge! Gravitation! Ja! Oh, meine Fresse! Was denkst du? Ist das Rage-Game? Oh, Mensch! In einem Move durch! In einem Move! Wieso Puls du jetzt nicht da oben, du?! Jawohl. Jawohl. Easy. Easy, like a lemon squeal. Ja, fahr noch ein Stück vor, fahr noch ein Stück vor! Ich kann nichts mehr drücken! Ich kann nichts mehr drücken! Ah, okay. Ah, okay. So. Aha, aber wir hier Vorwürfe machen, das ist typisch. Die Frau macht mir die ganze Zeit Vorwürfe in dem Game. Oh, du bist doch fett geworden! Oh! Du kannst meinen Maul halten, ey! Ich bleib immer recht, ne? Ich bin die Frau, ich muss immer recht haben, ne? Oh, jawoll. Hä? Was? Hä? Bin ich doof? Aha! Ja, okay. Ich möchte nicht, dass du das wirfst! Hopp! Moment. Das ist noch ein bisschen Fungel, ey. Jetzt! Ach, ey! Ich dachte F! Ja, ich dachte F! Ich dachte F! Ich habe F! Oh, leck mich am Arsch, ey! Hier, nochmal. Jawohl. Jetzt daneben werfen, Alter. Ach so! Du nur bist echt großartig, Alter. Ja, einfach mit Absicht. Ja. Ja! Da! Oh! 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 Easy, Junge. Oh! We muslogate! Wir hatten schon die scheiße Wespen. Timex! Das wäre einfach ein Scheiß kinda zum weinen. Das ist doch zulä. Das ist doch so der deck-move, Alterell. Das ist doch schlimm. Die sind doch sich der schlimmsten älteren der Welt auf. Oh! Nee! N sandwich! Oder員めit! So, ja, aber da haben wir den Fand. Whoever designed this, kann mein Dick lutschen. Was kommt denn da? Was kommt denn da? Was kommt denn da? Achso, wir fahren nach oben. Nix, nix, nix. Lass, lass das, lass das so im Raum stehen. Nein! Halt euch, 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 halt euch. Gut. Was kommt denn da? Was kommt denn da? Ja, was kommt denn da? Aha, easy, easy, GG. No deaths. Zero deaths run.